Ich glaube, die Großwetterlage in Tirol ist gut. Wir haben ja gestern zum Beispiel auch gesehen, auch die Zahlen im Westen von Österreich, vor allem in Vorarlberg, die sind sehr gut. Die Inzidenzzahlen auch in Tirol sind sehr gut. Tirol ist natürlich etwas einmal wieder im Fokus der Öffentlichkeit gestanden mit der südafrikanischen Mutation. Ich glaube, unsere Leute im Land Tirol, die leisten hier hervorragende Arbeit, dass man auch das im Zillertal wirklich sehr gut bekämpfen kann, auch Meierhofen, das dann abgeschottet worden ist. Ich glaube, man muss da auch dem Zillertal wirklich ein großes Lob aussprechen. Sie haben das wirklich sehr gut im Griff und ich glaube, wir können das gemeinsam gut bekämpfen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017